Leute, ihr müsst richtig mitsingen, okay? Sonst, ich komm runter und teilt euch einfach das Mikro hin. Das mach ich. Könnt ihr aufpassen, ja? Okay. Musik? Okay. Ich möcht euch eine Geschichte erzählen Von einem Mädchen, das war super nett Vielleicht ein bisschen zu nett Das Mädchen wollte ein Superstar werden Doch manchmal Na, 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 na Na, 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 na Heidi, 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 hei Heidi, 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 hei Oh, di, ho, di, ho Heidi, ho Das Mädchen hatte, es hatte ne Laura Sie war verliebt und er war so wunderschön Aber leider ziemlich blöd Also beschloss sie ihn sofort zu verlassen Der Laura sah das auch viel zu schnell Ei Oh, di, ho, di, ho Das Mädchen ging dann, es ging dann weit weg Und ein Mann, der war ein Mann von Welt Hatte aber kein Geld Hatte aber kein Geld Das Mädchen hatte das Beste daraus Hatte zwei Kinder und ein schönes Haus Aber es gingen sie aus Hatte aber Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's.